Also ich habe für dieses Bild extra einen Beamer besorgt, weil ich für die Vorskipze zu faul bin. Ich glaube, mir fehlen halt sowieso alle Kabel dafür. Kurz zur Erklärung, die Idee war, meine Vorlage auf die Leinwand zu beamen und dann quasi die Skizze einfach nachzumalen. Ich weiß nicht, ob es jetzt als Schummeln zählt. Es fühlt sich auf jeden Fall ein bisschen illegal an. Aber ich denke mir halt, ich habe früher nur Bleistiftskipzen gemacht. Jetzt traue ich mich seit kurzem endlich mal, große Bilder in Farbe zu malen. Ich hebe mir jetzt halt lieber die Energie für die ganzen Öldetails auf, bis jetzt. Und ich muss wirklich sagen, es hat so gut mit dem Beamer geklappt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr findet, dass es Schummeln ist.